Grillmeister. Kann man auf jeden Fall machen. Hahaha, das ist voll drauf. Alter, ich bin so müde, ich hab wenig Schlaf. Jetzt noch ein Auto fahren, aber trotzdem, heute wird es ziemlich geil. Der steuert mir mega auf den Pilz, guck dir das mal an, das ist alles komplett voll. So stelle ich mir die Berliner Autobahn vor. Natürlich sind wir nicht mehr in Berlin, aber ist schon okay. Ach ja, stimmt. Und Dubstep. Musst du reinschneiden dann. Okay. Tschau, Leute. So, meine lieben Freunde, wir sind hier immer noch auf dem Weg. Wir sind jetzt ungefähr 39 Minuten da. Ich habe die ganze Zeit kein Internet, aber hinter uns seht ihr uns vielleicht den Flixbus. Und da habe ich doch Tatsache mal probiert, wenn Nico einfach vor dem Flixbus fährt, ob ich mich dort im WLAN einloggen kann. Und wie man sieht, bin ich im WLAN vom Flixbus drin. Oh, guck mal, da vorne ist noch ein Flixbus. Komm, zum nächsten. Dann gehen wir mal zum nächsten. Nur macht erfinderisch. Schönen guten Tag, ich bin Toni und ich war heute der Kameramann. Jetzt bin ich nur der Bockträger. So, Nico, und ich würde mal sagen, du fängst mal an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik Ihr seht, man hört, das läuft. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto. Warte mal, wie lange sind wir jetzt wach? Bestimmt schon über 10, 11, 12 Stunden. 16 Stunden sind wir jetzt schon wach. Wird eine ganze Weile gehen. Zieh einmal zum Auto oder hast du mir das vorbereitet? Ich weiß gar nicht was. Geh mal gucken. Wir dachten und sparen wir uns das Geld für eine blöde Pension. Wenn es auch anders sein kann, die Junge müssen. Wir hatten eigentlich ein Zelt bei. Bei Henry Dahmen zählt das hier auch. Wir dachten, das können wir auch. Jetzt haben wir gedacht, wir haben keinen Bock das aufzubauen. Also pennen wir am Auto. Und machen was, was wir noch nicht gemacht haben. Also die muss noch aufgepustet werden? Ich habe die Pumpe nicht gefunden. Wo ist die? Irgendwo hier. Ich habe da drunter geguckt. Jetzt mache ich eigentlich eine Sache, die man eigentlich nicht machen sollte. weil sie total dämlich ist. Weil sie für die Umwelt einfach kacke ist. Scheiß drauf. Aber wir haben eine 12 Volt Pumpe, eine elektrische. Und ich habe keinen Bock, dass sie mit 90 Watt, wenn man eine 12 Volt Minibatterie davon leer saucht. Aha. Mensch, der hält sich, der hält sich. Ist der schlecht ey. Aber du weißt, wir können nicht so doll aufpumpen. Mach Kaffee. Nein. Ach ja, wie hoch wir jetzt liegen. Da kommst du schon beim Umdrehen in die Decke. Das war erstmal ein Krampf, dieses Netz wegzuhängen. Also ich finde es geil. Sag ich so. Kann man auf jeden Fall machen. Das ist voll drauf. Ja, weiß ich nicht. So, ich liege jetzt hier im Auto. Hab also abends sogar den Sternenblick. Ist es unglaublich geil. Toni war eine gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke, kein Problem. So, wir pennen heute im Auto. Wir machen jetzt mal einen Roadtrip. Und es ist eigentlich ziemlich geil. Ich finde es sogar richtig geil, dass wir bei Royce Akustik einen coolen Abend hatten oder immer noch haben. Und dann hier einfach mal im Auto gammelt. Finde ich geil. Wir haben eine Anlage, alles was wir brauchen. Laptop. Ich habe theoretisch noch von Jefferson Sharp gesprochen. Einfach nochmal Strom ins Auto ziehen. Voll geil. Bill Happy Heftell wieder bei euch. Uppeưới. bis bald bei euch. Bis bald bei euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, Prost Leute, geht's weiter. Ja, wie ihr seht, gibt's hier eine coole Happy Selfie-Fotobox. Ziemlich geile Geschichte, haben wir gerade ganz viele Fotos gemacht. Die kann ich jetzt mal so zwischendurch mal hinblenden. Sind echt witzig geworden. Und im Hintergrund machen wir noch ein paar Leute Fotos mit. Jawohl. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Bis auf du sehen wir alle geil aus. Guck mal, aber der eigentliche Star ist ganz klar hier. Die Alia 4, ne? Ja, da kannst du nicht mal du mithalten. Aber ich hätte die weiß genommen mit dem Golden Gitter. Nein, die reflektiert zu sehr. Habt ihr das eben nicht gehört. Du musst mal zuhören. Du musst deinen Job mal ein bisschen mit Herzblut machen. Ja, ich sag's ja. Ich hab auch gesehen, weiße Akustik hat mittlerweile in der Werkstatt sogar eine eigene Werkstattbeschattung mit Alia 4 und Alia Sub 10 mit einer HDSP 3. Also die gönnen sich mittlerweile auch hier. Ist ganz geil, dass die Fotobox so funktioniert, dass ich mit einem Greenscreen irgendwelche Sachen rausmachen kann. So wie ihr jetzt zum Beispiel gerade seht. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Fancy. Tschüss. War wieder nett hier. Super. Für dich und die Bratwürste. Leute, ich hab was verpasst. Für dich. Schärfe, Fokus. Hallo. Ja, wär schön. Hallo. Ein Traum. Ah, wundervoll. Geil, oder? Wir haben auch jemanden, der das Ganze organisiert hat. Ja. Und ein sehr wichtiger Mann hat sich. Vielen Dank. Also ihr habt mir gerade das überreicht. Das ist total lief von dir. Also vielen Dank. Du, alle, die bei mir was mitmachen und meine Freundschaft unterstützen, da bedanke ich mich. Ja, total gerne. Du kannst die Kamera eigentlich mal zu dem DJ Meetup Nordwest. Also das ist ja unsere Veranstaltung. Jawohl. Link findet ihr nochmal in der Videobeschreibung dazu. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was kommen auf jeden Fall. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Nein, nein. Also das war die vierte Veranstaltung heute. War erfolgreich, ne? Viele weitere. Ich glaube, es war eine coole, coole, coole Geschichte. Glaube ich auch. Ganz anderes Konzept, wie andere DJ treffen und auf diese Art und Weise ja weitermachen. Ich fand es nicht so gestellt, nicht so eintönig, dass man sich nur unterhält und nur so Karten zustellt. Bei mir ist immer alles voll. Es war sehr familiär für mich. Echt cool. Das ist mein Anspruch. Ja. Auch immer an anderen Locations, also es wird nie ein Treffen an der zweiten, an der gleichen Location noch einmal gehen. Finde ich cool. Cooles Konzept. So wie heute jetzt zum Beispiel bei Voice Akustik. Letztes Mal haben wir bei Gotag in Wim, Case Manufaktur. Ja, kenne ich auch. Ja, ganz cooler Laden. Wir waren bei einem YouTuber oder bei einem Social Media Handwerker, der Fleischermeister ist und der, einer der ersten. Wie heißt der? Vielleicht kenne ich den. Ludger Freese. Ja, ich habe schon gehört. Total cooler Typ. Ja, ja. Ja, da hat man, der hat uns etwas überzählt über Social Media und wie es beim angefangen ist und so und so. Wir waren bei der Palast, eines der letzten Schaltplattenpresswerke in Deutschland. Krass. Betriebsbesichtigung. Hast du was gemacht schon, ne? Ja, geil. Nicht schlecht. Genau. Weitere Dinge werden folgen, versprochen. Ich will es hoffen. Ja. Auf jeden Fall. Bist du wieder dabei? Ja, klar. Davon kann es aber ausgehen. Ich dachte, ja. Ja, voll gerne. Freue mich sehr drüber. Ja, gerne. Nochmal vielen Dank und auf jeden Fall nochmal alle Videos in der Videobeschreibung. Alle Videos, alle Infos in der Videobeschreibung. Auch, genau. Und ja, macht mit, kommt auch vorbei. Es gibt übrigens die Facebook-Gruppe DJ Meetup Nordwest. Also, um mehr zu erfahren, hier besprechen wir alles, was im Rahmen der Veranstaltung passiert. Genau. Unten mal reinschauen, da könnt ihr mal raufklicken. Alles klar. Danke. Gerne. Ciao. Tschüss. Nico, mach noch was, ne? Bleib sauber. Und wir sehen uns jetzt irgendwann dieses Jahr nochmal in Berlin bei dir. Auf jeden Fall. Kommst du noch vorbei. Und dann trinken wir ein, zwei Bier und mal sehen vielleicht noch eine Veranstaltung zusammen oder auch. Machen wir. Talkback. Sag zu, wie du es gelernt hast. Bei mir ist mach, was du willst. Mach, was du willst? Bei mir ist mach, was du willst. Also einfach tschüss, lavi, die Brocke. Oh. Mach's gut. Nico, hau rein. Wir sehen uns. Ich bin Nico. Ich schlafe die ganze Zeit. So Leute, guten Morgen. Wir haben schon zusammen gefrühstückt. Die Jungs packen schon wieder an und bauen Lautsprecher. Da hinten ist wieder voller Betrieb. Und wir fahren jetzt nach Hause. Haben alles zusammengepackt. Das ganze Kamerazeug ins Auto. Wir werden es wieder aufräumen bei der Luftmatratze und so weiter. Habt ihr ja gesehen. Und ja, es war wieder ein richtig cooler Tag bei Voice Acoustic im Hause Voice Acoustic. Das DJ Meetup. Organisier von Hans. Nochmal alle Infos unten in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.